Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über das Thema, wer wir sind. Und es geht darum, glücklicher zu werden, glücklicher zu leben. Und ich bin voller Vorfreude auf das heutige Gespräch, denn zu Gast ist heute Stefanie Stahl. Sie ist Diplom-Psychologin, die bekannteste Psychotherapeutin Deutschlands. Und du kennst sie vielleicht auch schon von dem wirklich sehr bekannten Buch Das Kind in dir muss Heimat finden. Oder ganz bestimmt hast du auch viele weitere sehr erfolgreiche Bücher von ihr gelesen. Das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden ist ununterbrochen auf Platz 1 im Spiegel-Ranking. Und es wurde übersetzt in fast 30 andere Sprachen und schon fast 2,8 Millionen Mal verkauft. Das ist einfach nur beeindruckend. Stefanie Stahl ist begehrte Keynote-Speakerin zu den Themen Selbstwertgefühl, Bauplan der Psyche und Bindungsangst. Herzlich willkommen, Frau Stahl, in meinem Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir wollen uns ja heute vor allem darüber unterhalten, was es im Leben braucht, um glücklicher zu leben. Und dazu haben Sie ja erst 2022 ein ganz erfolgreiches Buch veröffentlicht. Das heißt, wer wir sind. Vielleicht möchten Sie mir einmal kurz beschreiben, wie Sie denn dazu gekommen sind, dieses Buch überhaupt zu schreiben. Weil Sie haben so viele Bücher geschrieben und immer wieder finden Sie dann ein neues, ganz spannendes Thema. Gut, die Bücher greifen so ein bisschen ineinander in dem Sinne, ich entwickle mich ja immer weiter und mich hat schon immer die Frage umgetrieben, wie tickt der Mensch? Also wie sind wir psychisch eigentlich konstruiert? Und irgendwie war mir immer klar, das kann so individuell nicht sein. Da muss es ganz klare Strukturen geben, für die habe ich mich immer brennend interessiert. Und dann bin ich auf den genialen Klaus Grawe gestoßen, der eben durch Metastudien, also Metastudien sind ja Studien, wenn man die Studienlage zusammenfasst. Also wenn man, was weiß ich, 25 Studien auswertet und aus denen das Ergebnis filtert sozusagen, dann ist das eine Metastudie. Und durch Metastudien ist der eben darauf gekommen, dass wir im Grunde genommen vier psychologische Grundbedürfnisse haben oder vier psychische Grundbedürfnisse haben. Und zwar das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Jeder Mensch der Welt möchte irgendwo dazugehören, zu irgendeiner Gemeinschaft. Einsamkeit ist eines der schlimmsten Gefühle überhaupt. Zweitens das Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle. Ja, wir brauchen Kontrolle wie die Luft zum Atmen. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass wir Einfluss nehmen können und dass ungefähr das passiert, was wir wollen und was wir erwarten. Also Autonomie und Kontrolle ist auch ein ganz wichtiges Grundbedürfnis. Dann unser Grundbedürfnis nach Selbstwert und Selbstwerterhöhung. Also kein Mensch auf der Welt wird gerne gekränkt, in seiner Würde verletzt, massiv kritisiert und so weiter. Und das letzte Grundbedürfnis ist, dass wir alle gerne um belastende Gefühle wie Trauer, wie Angst, wie Schamgefühle einen großen Bogen machen und nach guten Gefühlen streben. Und auf der Basis dieser vier Grundbedürfnisse kann man eigentlich fast jedes Verhalten erklären. Und was ich halt jetzt gemacht habe in dem Buch, wer wir sind und jetzt in dem neu erschienenen Arbeitsbuch, ich habe die Grundtheorie von Klaus Grawe zugrunde gelegt. Aber was ich immer mache, ich verknüpfe das dann nochmal mit eigenen Konzepten, eigenen Ideen. Ich fülle das nochmal anders auf. Aber letztlich ist es tatsächlich so, und das lege ich halt in dem Buch dar, dass wir weltweit denselben Bauplan haben, so wie wir auch körperlich denselben Bauplan haben weltweit. Und Individualität sind ja nur die kleinen Variationen dieses Bauplans. Und so ist es psychisch eben auch. Und das Schöne daran ist, wenn ich einmal verstanden habe, wie ich psychisch ticke, wie ich aufgebaut habe, dann kann ich damit natürlich toll arbeiten. Dann kann ich natürlich auch viel leichter mal an ein paar richtigen Stellschrauben drehen und das ein oder andere Programm vielleicht nochmal ein bisschen umschreiben. Was mir ja viel schwerer fällt, wenn ich da völlig im Dunkeln tappe und weiß eigentlich gar nicht, warum gerate ich immer wieder an die Falschen, warum leide ich unter diesen übertriebenen Ängsten und so weiter und so fort. Denn das ist ja das, was viele Menschen sich fragen, die Probleme mit sich herumschleppen, dass sie sich selber oft keinen Reim auf ihr Verhalten machen können, beziehungsweise einfach keinen Ausweg finden. Ja, das kann ich nur so bestätigen. Vor allem kommt es ja häufig vor, wenn ich dann selber Mama oder Papa werde, dass ich genau an diesen wunden Punkten auch nochmal getriggert werde. Und was ist denn so Ihre jahrelange Erfahrung, weil Sie jetzt gerade diese vier Grundbedürfnisse nochmal aufgezählt haben, welche dieser Bedürfnisse spielen denn eine ganz besondere Rolle, wenn die unerfüllt waren in der eigenen Kindheit, wenn wir auf die Kindererziehung gucken oder auf die Begleitung von Kindern, wahrscheinlich alle vier, oder? Ja, selbstverständlich, alle vier. Ich meine, unsere Entwicklung beginnt ja mit der Bindung. Das ist ja die Basis von allem. Und dem Kind eine sichere Bindung zu vermitteln, ist ja existenziell wichtig. Auch für das Urvertrauen, für das Selbstwertgefühl. Und wenn ich jetzt selber, ich sage mal, einen Bindungsschaden aus der Kindheit habe, weil ich vielleicht eine lieblose Kindheit hatte und selber kein sicher gebundenes Kind war, gibt es ja im Grunde genommen drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich mache es vielleicht ein bisschen besser, aber nicht viel besser als meine eigenen Eltern. Ich bin vielleicht so die 2.0 Version meiner Mutter und vermittle auch meinem Kind zu wenig Bindung. Die zweite Möglichkeit ist, ich gehe in die Überkompensation. Das heißt, gerade weil ich mich so lieblos behandelt fühlte, will ich bei meinem Kind alles richtig und viel, viel besser machen und tue vielleicht zu viel des Guten. Du wirst auch einen wahnsinnigen Druck aus. Die zweite Möglichkeit erlebe ich auch ganz häufig in der Beratung. Ja, wobei bei den ganz Kleinen kann man ja kaum zu viel des Guten tun. Das wird eher zum Problem, wenn das Kind selber auch in die Autonomieentwicklung geht. Und die dritte Möglichkeit ist, ich reflektiere das, meine eigene Kindheit und komme in eine gute Balance und mache es im Großen und Ganzen richtig. Man sagt ja auch immer, Eltern müssen nicht perfekt sein, sie müssen hinreichend gut sein. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, aber dass ich meinem Kind somit einfach genügend bedingungslose Liebe vermitteln kann und, was ja auch ganz wichtig ist, einfach auch genügend präsent bin. Dass ich einfach auch da bin als Elternteil. Danke, dass Sie das ansprechen, weil gerade das mit der Präsenz ist ja gerade in unserer heutigen Gesellschaft manchmal gar nicht so leicht. Ich sage immer, es gibt einmal natürlich die körperliche Präsenz und dann auf der anderen Seite sage ich immer die geistige Präsenz, dass ein Kind ja ganz genau spürt, ob ich auch wirklich da bin, auch geistig da bin. Deswegen fand ich das gerade nochmal wertvoll. Und Sie haben auch gerade nochmal gesagt, das Problem fängt dann oft erst an, wenn die Kinder in die Autonomieentwicklung kommen und jemand vielleicht überkompensiert oder vielleicht auch zu viel des Guten tut, dass auch einfach dieser Aspekt von Freiraum lassen ja auch ein großer Aspekt von Bindung ist. Und ich glaube, das fällt wahrscheinlich vor allem Eltern schwer, die nicht sicher gebunden sind oder dann loszulassen und zu sagen, jetzt traue ich meinem Kind auch was zu und versuche, ihm diesen Raum zu geben, sich frei zu entfalten. Ja, das Günstigste ist ja immer und das korreliert dann auch normalerweise mit einem ganz guten Selbstwertgefühl, dass wir in einer guten Balance sind zwischen Autonomie und Bindung. Dass wir einerseits bindungsfähig sind, was ja auch eine Anpassungsfähigkeit beinhaltet, dass wir irgendwie zuhören können, kooperieren können, empathisch sein können, auch vertrauen können und auf der anderen Seite auch autonome Fähigkeiten haben. Das heißt, dass man selber mal weiß, was man will, sich Ziele setzt und sich auch irgendwo selbst behaupten und sich durchsetzen kann. Also diese Balance ist eben besonders günstig und zahlt eben auch auf das Selbstwertgefühl ein. Und wenn ich meinen Kindern diese Balance vermitteln will, ist eben in der ersten Entwicklungsphase die Liebe, die Zuwendung, die Bindung ganz, ganz wichtig. Die bleibt auch wichtig, aber eben auch meinem Kind das Gefühl zu vermitteln, dass es eben sich auch was zutraut, dass es auch meinen eigenen Willen auch haben darf. Dass es lernt, Mensch, ich habe auch mal eine Chance gegen Mama und Papa, mich durchzusetzen und dass man es eben altersgemäß auch fördert. Und da haben wir zum Teil ja auch ganze gesellschaftliche Entwicklungen, denen ich zum Teil so ein bisschen skeptisch gegenüberstehe. Wobei ich sagen muss, ich selbst bin ja freiwillig kinderlos. Ich selbst wollte ja nie Kinder, bin also nicht komplett so vom eigenen Gefühl drin in der Thematik. Aber ich weiß zum Beispiel aus meiner Kindheit, wir sind allein schon zum Kindergarten gegangen, wir sind allein in die Schule gegangen. Da mussten wir schon zum Teil die ersten Kämpfe mit anderen Kindern überleben sozusagen oder da durchgehen. Und die Welt war ja damals gefühlt anscheinend auch viel sicherer oder vielleicht auch tatsächlich sicherer. Ich weiß es nicht, da hört man immer so unterschiedliche Zahlen und Fakten. Und heute ist ja so diese Tendenz, dass die Eltern ständig, wird hingefahren, zurückgefahren, abgeholt, diese und jenes. Und ich erlebe schon teilweise auch in meinem Freundschafts- oder weiteren Bekanntenkreis, dass wenn die Kinder dann irgendwann studieren gehen, die das gar nicht gut schaffen, in einer anderen Stadt zu sein, gar nicht gut schaffen, ohne Mama und Papa zu sein. Weil ihnen diese Selbstwirksamkeit fehlt. Ich kann das nur so bestätigen, Frau Stahler. Ich bin auch selber aufgewachsen auf dem Bauernhof. Meine Großeltern hatten beide einen Bauernhof. Und da war das einfach klar, dass wir so mitgelaufen sind. Wir haben auch immer geholfen und waren irgendwie so mit den Erwachsenen dabei. Und das war von Anfang an klar, jeder hilft mit. Und ich denke ganz oft daran zurück, dass mich das wahnsinnig stark gemacht hat, weil ich einfach schon sehr früh diese Selbstwirksamkeitserfahrungen hatte. Und auch, also ich zum Beispiel finde es auch sehr erstrebenswert, schon sehr früh einen Nebenshop zu haben. Ich sage immer, ich habe eigentlich am meisten gelernt, ja, als ich Kellnerin war im Studium oder als ich im Ferienshop Obst und Gemüse verkauft habe. Das sind, glaube ich, so Dinge, die Kinder wahnsinnig stark machen. Und auch da haben meine Eltern mir sehr viel zugetraut. Und dafür bin ich ihnen dankbar. Ja, das ist genau das, was Sie ansprechen, dass Kinder auch belastbar werden dürfen, um auch den Anforderungen gerecht werden zu können. Denn das hatten Sie gerade angesprochen, es ist ja ein wichtiger Aspekt, sich auch abgrenzen zu können, behaupten zu können, ein sicheres Auftreten zu haben. All diese Punkte helfen Kindern ja auch, sich in einer Gesellschaft zurechtzufinden. Auch meine Frustration auszuhalten. Also ich finde das auch so wichtig, dass Kinder einfach spielen, dass sie draußen sind. Also in meiner Kindheit, in ihrer Kindheit, wenn ich das höre, da war man stundenlang unterwegs und kein Schwein wusste, was man eigentlich gemacht hat. Man war mit anderen Kindern unterwegs, wurde ja auch nicht ständig gehelikoptert. Man hat so sein eigenes Ding gemacht. Und die Eltern haben ja auch nicht im Detail nachgefragt, wo man sich denn die ganze Zeit rumgetrieben hat oder so. Und ich finde das ganz wichtig, auch dass Kinder sich so selbst beschäftigen oder mal Langeweile haben und sich dann mal was einfallen lassen. Was kann ich denn jetzt machen? Und dass sie einfach diesen Freiraum haben und dass nicht ständig die Eltern da drumherum schwirren. Und ich bin ja auch keine Freundin von dem Konzept, Eltern sind die besten Freunde. Nein, Eltern sollen irgendwo auch Eltern sein und Freunde sollen Freunde sein. Man darf die auch mal doof finden, man darf auch mal auf den Geburtstag ausgeladen werden. Ja, das gehört dazu. Das ist nicht immer unbedingt die angenehmste Rolle, in der ich mich als Elternteil befinde. Richtig. Sie haben vorher das vierte Bedürfnis angesprochen, dass Menschen danach streben, angenehme Gefühle zu haben. Das finde ich jetzt so ganz spannend, weil ich ja auch viel mit Kindern gearbeitet habe und Eltern ja auch beibringe, die Kinder durch Co-Regulationen, durch Gefühlsausbrüche zu begleiten. An der Stelle fände ich das nochmal spannend, was Sie darüber denken, wenn Kinder unangenehme Gefühle haben. Die gehören ja auch dazu. Sie haben es gerade angesprochen, Frust ist richtig ausgehalten zu werden. Was würden Sie da auch nochmal ergänzen zu dem Thema, wie können Kinder lernen, auch mit unangenehmen Gefühlen umzugehen? Das fände ich ganz spannend aus Ihrer Sicht. Ja, ich denke, das Wichtigste ist einfach in der Begleitung der Kinder, wie lernt ein Kind Gefühle. Ein Kind lernt Gefühle, indem die Eltern das eigentlich so ein bisschen verbalisieren. Was weiß ich, das Kind kommt nach Hause, ist furchtbar traurig, weil der beste Freund wollte mit ihm in der Pause nicht spielen. Mama oder Papa sagt, oh, bist du traurig. So, dann weiß das Kind schon mal, ach, das, was ich da fühle, ist traurig. So wird das ja gelernt. Ja, was ist denn passiert? Ja, so und so, der wollte heute überhaupt nicht mit mir spielen. Und der hat nur mit den anderen gespielt und so. Ja, dass man das dann versteht und dass das Gefühl erstmal sein darf. Und gegebenenfalls kann man mal gucken, ob es da ein bisschen Trost gibt oder eine Lösung gibt für das Gefühl. Was kann man denn da jetzt machen? Und so lernen ja Kinder im Grunde ganz automatisch auch diese Gefühlsregulation oder dass Gefühle erstmal überhaupt da sein dürfen. Und im zweiten Schritt, wie man sie dann eben auch regulieren kann. Ausnahme sind natürlich ADHS-Kinder, die sind natürlich impulsiver, da ist es für die Eltern eine größere Herausforderung zum Teil, damit immer gut umgehen zu können. Und die Voraussetzung ist tatsächlich natürlich auch doch ganz gute, enge Betreuung, gerade in den ersten zwei Lebensjahren, vor allen Dingen auch im ersten Lebensjahr. Also da ist wieder diese Präsenz auch wichtig, die liebevolle, weil da spurt sich ja das Gefühlsleben auch erst ein bei den Kindern. Und wenn da schon so richtig was schief geht, spuren sich gewisse Gefühle nicht ein. Oder eben auch, das konnte man in vielen Bindungsstudien nachweisen, lernt das Gehirn des Kindes keine Stressregulation. Das ist nämlich auch, ich muss mal sagen, eine gehirntechnische Geschichte. Weil Stress, das Gehirn des Kindes kann innerhalb der ersten zwei Lebensjahre nicht alleine Stress regulieren. Das heißt, es hat irgendeinen Stress, es ist kalt, es hat Hunger, egal was, irgendeine Frustration, Mama oder Papa kommt oder wer auch immer, beruhigt das Kind eben auch, dass sie auf einer körperlichen Ebene in den Arm nehmen, streicheln, sprechen. Das Gehirn des Kindes fährt sich wieder runter, es werden eben Antistresshormone ausgeschüttet. Erst Stresshormone, dann wieder so Beruhigungshormone. Und dadurch spurt sich im Gehirn so eine Stresshormonaktie ein, Stressberuhigungsaktie spurt sich ein, verknüpft sich. Und wenn das zu wenig passiert, weil die Kinder viel zu früh schon mit zwei, drei Monaten in der Kita sind und zu lange und zu viel Fremdbetreuung ist und das Kind eben diese Beruhigung nicht immer wieder erfährt, dann verknüpft sich das Gehirn nicht entsprechend. Und man hat dann eben in Langzeitstudien festgestellt, dass die Kinder eben auch als Erwachsene viel schneller unter Stress geraten und sich auch schlechter selbst regulieren können, also schlechter runterfahren können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie auch ansprechen, denn ich sage auch immer, Fremdbetreuung, manche Familien sind ja auch gezwungen, aus finanziellen Situationen heraus das Kind abzugeben. Nur danke, dass Sie das auch nochmal so klar ansprechen, denn ich sage eben auch immer, ich war ja auch, also habe mich ja viel auch mit der Bindungstheorie beschäftigt. Und wenn mich dann immer jemand fragt, sage ich ja, wenn möglich, ja wäre es einfach schön, ein Kind dann nicht vor anderthalb Jahren eben für längere Zeit abzugeben, weil es ist ja nicht gewährleistet, dass eben auch die Bedingungen so sind, dass eben prompt auf die Bedürfnisse des Kindes reagiert werden kann. Es gibt sicher auch Betreuungsangebote, wo das so ist, nur ich finde es auch so wichtig, dass wir da auf diese frühkindliche Entwicklung gucken, einfach auch um die beste Prävention auch zu betreiben. Ich empfehle in diesem Zusammenhang immer ein Video von der Professor Dr. Eva Rass. Das findet man auf YouTube und das hat das Thema frühkindliche Betreuung mit einem Jahr in die Kita oder so heißt das Video. Man findet es relativ schnell. Und die beschreibt das sehr, sehr nachvollziehbar und sehr verständlich, auch sehr liebevoll. Und das ist wirklich sehr, sehr informativ zu diesem Thema. Also wer da näher einsteigen wollte. Genau, das ist ein sehr, sehr schönes Video, ein sehr schönes Interview und die erklärt das wahnsinnig gut und nachvollziehbar. Ja, vielen Dank. Ich hätte nochmal eine Frage zum Thema Gefühle, Umgang mit Gefühlen. Und zwar ist es ja so, dass es doch sehr wichtig ist, auch die unangenehmen Gefühle fühlen zu lernen, durch die durchzugehen, auch vor allem mit Angst umzugehen. Und ich glaube, Angst ist ja auch so ein ganz wichtiges Gefühl, das viele erwachsene Menschen, auch gerade in der Kindererziehung, immer wieder in eine gewisse Richtung treibt. Haben Sie denn da noch so ein paar vielleicht Anregungen, wie gerade Erwachsene, wenn sie auch viele unangenehme Gefühle haben, die vielleicht auch alte Gefühle aus der Kindheit sind, wie sie damit umgehen lernen können? Ja, natürlich. Also das Problem ist ja das, dass unser Gehirn ganz schlecht die Vergangenheit von der Gegenwart unterscheiden kann. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Kindheitsprägung mitbekommen habe, von irgendwie, ich sage mal mit so einem Glaubenssatz, ich genüge nicht, weil meine Eltern aus welchen Gründen auch immer vielleicht nicht immer so einfühlsam waren oder manchmal einfach auch gestresst waren und nicht die Zeit hatten, dann denke ich ja als kleines Kind nicht, Mama und Papa sind gestresst, sie sollten vielleicht mal in Elternberatung, sondern ich denke und fühle ja, ich bin das Problem. Ich bin hier der Fehler. Darum geht es am Ende des Tages. Am Ende des Tages geht es immer um die Frage, wer ist hier der Fehler? Bin ich der Fehler oder bist du der Fehler? Ja, wer ist schuld, ja. Ja, wer ist schuld. Und das heißt, das Kind, ja auch als Erwachsener im Grunde genommen, also wenn man es mal so ganz runterbringt, man will irgendwie richtig sein, man will es richtig machen und so. Und dann entsteht so ein Grundlebensgefühl von ich genüge nicht, ich bin nicht okay und daraus kann sich natürlich eben auch im Zusammenhang mit Kindheitserfahrung so eine Angst vor Ablehnung. Weil unser Gehirn berechnet von morgens bis abends permanent Erwartungen, was als nächstes passiert. Aber die Berechnungen können nur aufgrund vergangener Erfahrungen erstellt werden. Und wenn ich in der Vergangenheit halt öfter Ablehnung, Zurückweisung, Unverständnis erlebt habe in meiner Kindheit und Jugend, dann rechne ich natürlich auch in der Gegenwart als Erwachsener damit. Und dann entstehen schnelle Angstgefühle, eben diese Angst vor der Ablehnung und die dann mit unterschiedlichen Strategien kompensiert wird. Eine sehr häufige Strategie ist Überanpassung. Ich versuche es allen recht zu machen. Ich versuche alle Erwartungen zu erfüllen. Möglichst auch perfekt zu sein. Ich strebe nach Harmonie und so weiter. Das wäre so eine typische Strategie. Eine andere Strategie ist manchmal, ich bin meine eigene Insel, ihr könnt mich alle mal. Also ich mache still mein eigenes Ding. Ich brauche euch sowieso nicht so. Und da ist es eben so wichtig, eben auch im Umgang mit Ängsten, sozialen Ängsten, Versagensängsten und so weiter und so fort, einfach einen Schritt mal zur Seite zu treten und sich mal in Ruhe anzugucken, woher kommt das eigentlich alles? Was hat mich da geprägt? Und dann zu merken, wenn ich wieder ein altes Muster falle. Ich sage ja immer, ertappen und umschalten. Ich sage immer mit so einem Augenzwinkern, das ist das Steffi-Stahl-Mantra. Ertappen und umschalten. Ertappen und umschalten. Ich muss es merken. Wenn ich es nicht merke, dass ich wieder in das alte Kindheitsmuster abrutsche als Erwachsene, dann läuft das Programm sozusagen ohne mich ab. Dann läuft das vollautomatisiert und unbewusst ab. Also ich muss es merken. Wenn ich es merke, habe ich nämlich noch die Chance von diesem Kindheits-Ich, von dieser Kindheitsprägung oder Schattenkind, wie ich ja immer sage, noch mal auf mein Erwachsenes-Ich, also auf den klar denkenden Verstand umzuschalten und von außen mal kurz drauf zu gucken und sagen, Moment mal, du bist heute groß, du gehst heute auf eine Party. Warum, verdammt, sollten die Menschen einen Grund haben, dich abzulehnen? Es gibt keinen. Solange du dich freundlich verhältst, gibt es überhaupt keinen Grund, dich abzulehnen. Und diese alte Angst kommt von früher, von Mama und Papa. Und somit nochmal ganz bewusst diese Unterscheidung zu treffen. Also wirklich auch zu sagen, Stopp, das ist ein altes Gefühl, das kommt immer wieder. Ich merke das, also ich habe selbst auch viel innere Kindarbeit gemacht. Also bei mir ist es zum Beispiel das Thema Verlustangst. Ja, ich merke, es kommt immer, es ist immer in der Brust. Es hat eine gewisse Empfindung in meinem Körper. Ich kann es erkennen, ich weiß, wo es herkommt. Ich weiß, wo es getriggert wurde. Und dann zu sagen, Stopp, kleine Martina, das ist gerade wieder dein kleines Kind, ich, ja, das da aktiv ist, nur im Hier und Jetzt bin ich in Sicherheit. Und das ist einfach wie so eine Art kleiner Denkfehler, der in dem Moment wieder so hochploppt. Genau. Wer natürlich eine Berechtigung hat, weil es in der Kindheit entstanden ist. Nur, also mir hilft auch immer dieses Annehmen nochmal zu sagen, ja, ich habe halt diese Angst, weil es früher entstanden ist. Genau. Das ist auch sehr, sehr gut. Zeitlang war ich in der Phase, Frau Stahl, da habe ich eher das verurteilt und gesagt, ja, ja, ich darf jetzt keine Verlustangst haben, weil ich dann zum Beispiel in Beziehungen zur Eifersucht geneigt bin, sozusagen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Stopp, ich nehme das an, weil ich habe das halt so erfahren. Und das, finde ich, ist auch nochmal so ein heilsamer Prozess, dann wirklich zu sagen, hey, ich habe das angenommen, dass ich so bin. Ja, deswegen kümmere ich mich auch viel um Freundschaften. Und es hat ja dann auch positive Auswirkungen manchmal, diese Muster. Absolut, absolut. Also da haben Sie was ganz Wichtiges gesagt. Sie haben gesagt, da bin ich wieder im falschen Denkmuster. Und genau darum geht es eigentlich. Wir reagieren ja nur auf unsere eigenen Gedanken. Und das kann man sich nicht oft genug bewusst machen. Wenn ich kurz davor bin, auf eine Party zu gehen und sich wieder dieses mulmige Gefühl, diese Ablehnungsangst einstellt, dann ist das ja nur eine Reaktion auf meine eigenen Gedanken. Ich könnte abgelehnt werden. Und dieser Gedanke stammt aus Erfahrungen in der Vergangenheit. Also dieses ganze Theater findet ja tatsächlich nur in meinem Kopf statt. Und zweitens ist völlig richtig, auch was Sie sagen, diese Selbstannahme. Da habe ich ja auch in dem Buch Das Kind, dir muss Heimat finden, ganz viel so Dialoge, die man liebevoll führen kann mit seinem inneren Kind. Also dass die Erwachsene, die liebevolle Erwachsene, dieses verängstigte Kind halt liebevoll an die Hand nimmt und ihm nochmal die Welt erklärt, wie das damals war mit Mama und Papa. Und dass es heute aber eben anders ist. Und ja, in meinem neuen Arbeitsbuch, da habe ich halt, entwickle ich halt mit den Lesern und Leserinnen so diesen persönlichen Bauplan ihrer Psyche. Das ist auch sehr kleinschrittig aufgebaut. Also es gibt immer eine Selbstreflexion und dazu gleich eine Selbstheilung. Also das ist so halbchenweise so, dass die Aufgaben sind dadurch gut zu bewältigen. Und am Ende hat dann jeder seinen persönlichen Bauplan. Also weiß genau, wie bin ich da eigentlich aufgestellt. Und man kann das Buch entweder so bearbeiten, dass man sagt, mich interessiert das einfach mal grundsätzlich, wie ich so ticke und wo ich vielleicht ein paar Unwuchten habe. Oder man kann damit natürlich auch ein konkretes Thema, ein konkretes Problem, was einen beschäftigt, auch direkt bearbeiten. Ihr neues Arbeitsbuch heißt ja, sich selbst besser verstehen, glücklicher leben, das Praxisprogramm. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch sehr, sehr gut umsetzbar im Alltag. Wahrscheinlich dürfen die Menschen, die ihr Arbeitsbuch verwenden, dann richtig in die Praxis gehen, oder? Ja, also der Haupttitel ist natürlich, wer wir sind. Das war eben jetzt der Untertitel. Genau, sich selbst besser verstehen, glücklicher leben. Genau, je klarer mir mein eigener Bauplan ist, desto besser kann ich damit arbeiten. Das ist so, wie wenn Sie ein Auto reparieren müssten. Ja? Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben keine Ahnung vom Motor. Sie wissen überhaupt nicht, wie dieses Ding funktioniert. Wie sollen Sie es dann reparieren? Und so ist das bei uns Menschen auch. Wenn ich mal den Plan in der Tasche habe, wie ich eigentlich ticke, wie mein psychischer Bauplan ist, dann kann ich natürlich viel, viel besser damit arbeiten. Das ist doch völlig klar. Und das Schöne ist, die frohe Botschaft ist, es ist nicht besonders kompliziert. Also wir sind psychisch gar nicht so besonders kompliziert konfiguriert. Im Großen und Ganzen geht es immer noch darum, wir sitzen am Lagerfeuer und fragen uns, wie kann ich es schaffen, dort sitzen zu bleiben, dass ich hier morgen auch noch dabei sein darf und trotzdem irgendwie auch meine eigenen Interessen zu leben. Das sind die zwei Hauptfragen. Wie kann ich es schaffen, dazu zu gehören und trotzdem irgendwo auch meine Individualität, meine eigenen Vorstellungen verwirklichen. Und da haben wir einen permanenten Konflikt auf diesem Bereich zwischen Bindung und Autonomie. Das heißt, alle Leser lernen auch über das Arbeitsbuch wahrscheinlich diese alten Glaubenssätze oder diese Denkmuster, von denen Sie vorher gesprochen haben, ein Stück weit zu überwinden? Eben auch. Aber es geht ja nicht nur um Glaubenssätze, das hatten wir ja schon bei dem Kind, den ihr muss Heimat finden. Es geht eben tatsächlich zu gucken, wie bin ich in Bezug auf Bindung, Autonomie, Selbstwertgefühl und so weiter aufgestellt. Und bin ich zum Beispiel sehr, sehr spannend, finde ich die Frage auch eher ein Vermeidungstyp oder eher ein Annäherungstyp. Vermeidungstypen machen unbewusst ganz, ganz viel dafür, um nicht abgelehnt zu werden. Also sie wollen vermeiden, dass sie abgelehnt werden. Sie wollen vermeiden, dass sie kritisiert werden. Annäherungstypen setzen sich ein Ziel und gehen darauf zu und nehmen dafür in Kauf, dass sie vielleicht mal Hindernisse aus dem Weg räumen müssen oder Frustrationen in Kauf. Und der Punkt ist, Vermeidungsziele sind einfach nicht zu erreichen. Denn kaum habe ich eine potenzielle Verletzung wieder abgewehrt, einen möglichen Angriff umschifft, kommt ja schon die nächste Gefahr um die Ecke. Während Annäherungsziele sind ja leicht zu erkennen. Also da ist es leicht zu erkennen, ob ich sie erreicht habe. Weil ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, ich möchte unbedingt diese Beförderung, wenn ich sie habe, dann weiß ich, das Ziel ist erreicht. Denn Vermeidungsziele kann ich nicht erreichen. Deswegen sind Menschen, die sich sehr angreifbar fühlen und sehr verletzlich fühlen, auch chronisch angespannt. Weil sie immer im Grunde in sprungbereiter Wachsamkeit sind, was jetzt wieder als nächstes passieren kann. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir Kindern beibringen, mit diesen unangenehmen Gefühlen umzugehen. Ja, weil sie sonst ja die ganze Zeit in dieser Hab-8-Stellung sind, wie Sie es gerade so schön beschrieben haben, so angespannt sind und eben Sorge haben, auch diesen Schutz nicht zu haben, wenn jemand vielleicht von außen mal angreifend ist. Also das ist auch so etwas, ich finde es ganz wichtig, dass wir Kinder nicht in Watte packen und ständig auch dafür sorgen, die Welt für die Kinder zu verändern, weil die Welt ist, wie sie ist. Es geht, glaube ich, eher darum zu schauen, wie können wir Kinder stärken, damit sie später auch gewisse Sachen aushalten können, durch diese unangenehmen Gefühle vielleicht auch mal durchgehen können und sich auch abgrenzen, schützen können. Genau, und je stärker sie halt sowieso aufgestellt sind, desto weniger rechnen sie auch ständig mit Abendgriffen. Darum geht es ja, wenn ich ein hohes Vermeidungsmotiv habe, rechne ich auch permanent damit, dass mir irgendwas nicht gelingt. Und da gehen wir eben auch viel auf so Abwehrstrategien ein, wie zum Beispiel auch Enttäuschungsprophylaxe. Enttäuschungsprophylaxe ist ja auch wieder so eine Vermeidungsstrategie, dass ich immer meine Erwartungen klein halte und denke, ach, das wird wahrscheinlich eh nichts und so weiter und so fort, um wiederum zu vermeiden, enttäuscht zu werden. Und auf all diese psychischen Zusammenhänge beziehungsweise Bauplan-Elemente gehe ich halt in dem Buch ein und mit vielen Übungen. Und sehr schön auch acht Trancen habe ich eingesprochen, also acht so meditative, leicht hypnotische Reisen, weil damit kann man sich auch wunderbar umprogrammieren und alte Ängste abbauen. Und was ich immer so schön finde bei so geführten Meditationen in Trancen ist, die sind irgendwie so ein Geschenk, weil man muss sich nur entspannen und zuhören und muss in dem Moment nicht selber irgendwas erarbeiten oder machen. Ja, und vor allem geht es ja auch tiefer. Also das bewirkt ja wirklich auch im Unterbewusstsein ganz viel. Ja, genau. Ja, das ist eine wunderbare Ergänzung. Ich schaue hier gerade auf einen Unterpunkt Ihres Buchs, der heißt Selbstschutz im Dienste von Bindung und Autonomie. Also gerade Selbstschutz ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr wertvoll ist für viele Erwachsene, weil sie das selbst nicht gelernt haben, wie das geht. Können Sie das vielleicht noch mal genauer erläutern, was die Eltern da erwartet oder die Erwachsenen in ihrem Arbeitsbuch? Ja, da geht es darum, dass es ja gewisse Selbstschutzverhaltensweisen gibt, gerade wenn mein Selbstwert nicht so stabil ist. Und manche Menschen sind so ein bisschen aus dem inneren Gleichgewicht zugunsten der Bindung. Das heißt, sie haben auch dieses Grundgefühl, nicht zu genügen und tun deswegen unbewusst ganz viel dafür, um doch zu genügen und dazuzugehören. Das sind die, die ich eben schon mal erwähnte, die Erwartungserfüller und Erfüllerinnen. Ja, die versuchen immer alles richtig zu machen, die recht angepasst sind, und die versuchen, Konflikte zu vermeiden. Also das ist so ein Selbstschutz, der um das labile Selbstwertgefühl gebaut wird, um eben doch in der Welt da draußen klarzukommen, indem ich mich sehr stark an die Erwartungen oder die fantasierten Erwartungen, so muss man es eigentlich sagen, meiner Umwelt anpasse. Und Selbstschutz im Dienst der Autonomie ist anders. Die Betroffenen, deren inneres Gleichgewicht ist eher zugunsten der Autonomie so ein bisschen aus der Balance. Die sind stark auf der autonomen Seite, sind mehr Männer als Frauen übrigens. Aber es gibt auch nicht wenige Frauen, die eher so autonom unterwegs sind. Und die haben irgendwann unbewusst, das sind ja alles so unbewusste Entscheidungen, entschlossen, pass mal auf, ihr könnt mich mal. Weil ich habe erfahren, schon als Kind, am besten verlasse ich mich nur auf mich selbst. Die Welt da draußen ist nicht wirklich zuverlässig. Und ich verlasse mich nur auf mich selbst. Ich mache mich autonom. Das heißt, ich mache mich auch möglichst unabhängig von eurer Meinung. Und dazu gehört eben auch, zum starken Autonomieprogramm gehört in der Regel auch, dass ich im Grunde genommen keinen Menschen so, so nah an mich heranlasse, dass er wirklich die Reichweite hätte, mich zu verletzen. Das sind Menschen, die auch klassischerweise häufig unter Bindungsangst leiden. Das heißt, sie gehen zwar Beziehungen ein, aber sie machen unbewusst und bewusst immer wieder Distanzmanöver. Also nach der Nähe erfolgt wieder Distanz, Nähe, Distanz, Nähe, Distanz und irgendwann verabschieden sich ganz. Genau, Autonome können, das kann sich eben auch auf die Elke, muss nicht unbedingt, weil die Kinder erst mal nicht vielleicht so stark die eigene Autonomie bedrohen, wie eine Partnerin oder ein Partner, kann aber auch sein. Und die Autonomen haben sowieso ein Programm, ich sage es jetzt mal sehr umgangssprachlich, die verpissen sich gerne. Also die stürzen sich dann in die Arbeit, also die sorgen auch dafür, dass sie sowohl körperlich als auch emotional gar nicht so häufig anwesend sind. Durch übermäßige Arbeit, Fluchten, Hobbys, aufwendige Hobbys, also die halten sich auch oft chronisch beschäftigt, weil Arbeit ist zum Beispiel so eine autonome Insel für viele oder auch Hobbys sind, also Sport, exzessiver Sport oder was auch immer, sind so autonome Inseln. Genau, die sind immer sehr für sich und wenn man mit so jemandem in der Partnerschaft ist, hat man immer ein chronisches Gefühl, so ein bisschen hinterher zu laufen und immer wieder, komm jetzt, sei doch mal da und wir hatten doch gesagt, das Wochenende machen wir auch dies und er hat jetzt doch versprochen, das zu machen. Weil, um die Autonomen zu verstehen, muss man verstehen, dass sie eine Erwartungsallergie haben. Also die Angepassten haben ja früh gelernt, was willst du und ich erfülle dir jeden Wunsch. Die Autonomen haben das auch gelernt. Im Grunde genommen haben die genau dasselbe gelernt, wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich deine Erwartungen erfüllen. Nur haben die das rebellische Programm drüber gespielt und das lautet, ein Scheiß muss ich. Das heißt, sie können ganz schlecht mit Erwartungen umgehen, weil Erwartungen, in denen sofort Enge und Druckgefühle auslösen, das heißt, wenn sie mit dem als Eltern in einer Beziehung sind, wenn sie jetzt einen Vater oder Mutter, also einen Partner haben, dann sind die immer so dagegen. Und deswegen ist es so schwierig, sage ich mal, dass die so in die Verantwortung gehen. Und man fühlt sich da oft immer so im Stich gelassen und so alleingelassen. Das erlebe ich häufig, dass Mütter mir davon berichten. Ja, es sind auch potenziell einfach mehr Männer, die eher autonom sind und mehr Frauen, die eher auf der Bindungsseite sind. Genau, ja. Das fand ich jetzt auch nochmal ganz spannend und wahrscheinlich hilft auch das Arbeitsbuch dabei herauszufinden, was für mich selbst für ein Typ. Und es ist wahrscheinlich entscheidend, weil dann kann ich auch glücklicher leben, wenn ich vielleicht mein eigenes Muster da erkenne. Weil ich nehme mir natürlich auch ganz viel, wenn ich niemand richtig an mich ranlasse. Das ist ja, glaube ich, auch ganz wertvoll, auch mal diese wirklich echte Bindung zu erfahren, wenn ich da vielleicht mich auch wirklich mutig traue, es zuzulassen. Und ich bin genauso unfrei, wenn ich immer zwanghaft dagegen sein muss, nach dem Motto, was willst du von mir, was erwartest du? Und jetzt tue ich das Gegenteil. Ist man auch nicht freier, als wenn man gleich die Erwartungen erfüllt. Also wirkliche Freiheit entsteht ja sowieso nur im Kopf. Und frei bin ich, frei bin ich, wenn ich mit einem guten Gefühl Ja sagen kann und auch mal mit einem guten Gefühl Nein sagen kann. Und die Menschen, die entweder zu sehr auf der Bindung oder zu sehr auf der Autonomie sind oder die zwischen beiden pendeln, das gibt es ja auch, die können beides nicht so gut. Wenn sie Ja sagen, haben sie schnell so das Gefühl, sich wieder zu verbiegen und irgendwie wieder artig Mädchen oder derartige Junge zu sein. Und wenn sie Nein sagen, haben sie Schuldgefühle. Oh ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt noch zum Abschluss gewesen. Ich glaube, es geht um die Freiwilligkeit, dass ich auch dann das Gefühl habe, ich sage freiwillig aus dem tiefsten Herzen heraus Ja oder Nein. Das ist auch etwas, das ich ganz stark vermittle, dass wir Kinder deswegen auch nicht zum Bitte und Danke sagen zwingen sollen oder auch zum Entschuldigen zwingen sollen, weil das genau dazu führen kann, dass Kinder nicht mehr in der Freiwilligkeit sind und die Dinge nur tun, umzugefallen oder sie irgendwann gar nicht mehr tun, weil sie keinen Bock mehr haben. Das war doch mal ein ganz wichtiger Aspekt daraus. Sie haben so viele Punkte genannt. Ich glaube, alle sind jetzt ganz gespannt auf Ihr Arbeitsbuch. Für alle, die das Buch dazu, das zugehörige Buch noch nicht gelesen haben, wollen Sie da vielleicht noch ein paar Worte zu sagen? Weil wahrscheinlich macht es schon Sinn, das Buch zu lesen und dann das Arbeitsbuch zu machen, oder? Die Kombination aus beidem. Oder würden Sie es auch getrennt voneinander empfehlen? Das kann man völlig unabhängig voneinander bearbeiten. Das Buch ist halt so aufgebaut, dass ich erst mal so erkläre, wie der Bauplan der Psyche ist und dann habe ich zwölf Fallbeispiele aus der Praxis, wo ich mal so ein Wiedergebe, was sie mir erzählt haben und dann stelle ich den Lesern und Leserinnen immer Fragen zum Bauplan. Also, ist die Lisa mehr auf der Seite der Bindung oder mehr auf der Seite der Autonomie? Welchen Konflikt beschreibt sie hier? Und dann können die mal so die Gespräche analysieren. Die Auflösung gibt es natürlich auch. Und am Ende gibt es auch einen Therapieleitfaden, also so einen therapeutischen Leitfaden. Aber das Arbeitsbuch ist ganz anders aufgebaut. Da geht man direkt rein in die Übungen und macht direkt mit. Und das Arbeitsbuch hat auch noch mal andere Übungen als das Hauptbuch. Und man kann beide unabhängig voneinander bearbeiten oder lesen. Okay. Wenn du also glücklicher werden möchtest, dich selbst besser verstehen möchtest, dann ist das Arbeitsbuch von Frau Stahl eine absolute Herzensempfehlung von mir. Vielen Dank, Frau Stahl, dass Sie zu Gast waren heute. Es war ein ganz spannendes, inspirierendes Gespräch mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und weiterhin so viel Erfolg. Danke, danke. Danke auch für die sehr netten Fragen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.